Okay, es geht weiter. Boah, das hat mich so aufgeregt. Ich bin ganz weit rumgegangen, ganz weit rumgegangen, ganz weit mit den Leuten geredet und dann auf einmal jetzt. Alles klar, machen wir einen Überraschungsangriff. Er rechnet bestimmt nicht damit, dass wir ihn finden. Er ist vermutlich ungeschützt. Aber weißt du nicht, wo er ist, oder? Hulma, hast du den Drachenradar dabei? Genau, der Dengba, den Sogon auch am Hut hat. Da ist er. Er muss es sein. Was für ein wahnsinns Tempo. Was hat er vor? Er wurde aufgehalten. Puh, er ist noch auf der Erde. Er hat den Weltraum noch nicht erreicht. Okay, dann mal los. Jetzt geht es ums Ganze. So ist es. Wir konnten doch... Wir konnten doch nie... Wir konnten doch eine Chance haben. Meine Lesekunde ist wieder beschissen. Aber keine besondere Gute. Wenn ihr sowieso verloren seid, können wir bis dahin noch unser Bestes geben. Ihr habt keine Chance. Keiner von euch. Hä? Piccolo. Was tust du hier? Ich bin ihnen gefolgt. Also hast du ihn schon getroffen? Wie es aussieht, ja. Ja. Die zwei können ihn niemals schlagen. Ich kombinier mit euch. Ihr wisst so gut wie ich, wie stark er ist. Keiner von uns kann ihn alleine besiegen. Aber gemeinsam haben wir eine geringe Chance auf den Sieg. Stimmt wohl, aber wieso willst du mir plötzlich helfen? Ich mag dich. Komm nicht auf falsche Gedanken. Ich bin kein Freiheitskämpfer oder so. Dein Junge ist mir egal. Der Typ steht mir nur bei meinen Plänen zur Weltherrschaft im Weg. Wenn ich gemeinsam mit dir und seinen beiden Freunden geschlagen habe, bist du der Nächste auf meiner Liste, San Koko. Ich mach dich fertig und die Welt gehört mir. Wie du meinst, nicht wenn ich auch noch zum Mitreden habe. Aber bis dahin ist es wohl eine gute Idee, sich zusammenzutun. Genau genommen ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Die stärksten Kämpfer der Welt müssen zusammenkämpfen. Ganz recht. Du musst sie zusammenreißen, San Koko. Mit dir zusammenzuarbeiten macht mich auch krank. Hey, Bunma, gib mir das Radar. Äh, wie? Achso, klar. Jin Do Jun. Piccolo, komm her. Kannst du mit den Jin Do Jun mithalten? Na klar doch. Sei nicht dumm. Meine Stärke ist in einer ganz anderen Liga als eure dummen Zaubertricks. Ich kann fliegen, ihr nicht. Oder doch? Hm. Ah, mein rechtes Ohr. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst. Haha, naja. Ich muss zugeben, dass mir das im Traum nicht eingefallen wäre. Ich bezweifle, dass es schon mal so ein starkes Team auf der Welt gegeben hat. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Es wird in jedem Fall ein Wahnsinnskampf. Wohl mal, erinnerst du dich an die Stelle, die dein Radar angezeigt hat? Sehen wir doch mal selbst nach. Er scheint sich mit Überschallgeschwindigkeit nach Norden zu bewegen. Hm, er will sicher zum Spinatwildnis. Spinatwildnis? Da bin ich ihm zum ersten Mal begegnet. Spinatwildnis. Geht klar, Leute. Spinatwildnis. Spinatwildnis. Ihr seht einen Dragon Ball in der Wildnis. Das muss Zongoran sein und irgendwo dort sein. Musik ist angespannt. Wie ist der Plan? Kämpfen, bis der Arzt kommt. Wir müssen dort hinten. Wir müssen Zongoran da rausholen. Hey, ich hätte nie gedacht, dass wir mal auf dieser Art miteinander kämpfen. Also Leute, ich habe was Neues rausgefunden. Also wir können auch die Items hier wechseln. Gasmaske brauchen die eigentlich momentan nicht, aber das wechsle ich jetzt mal. Ähm. Vielleicht ergibt es beim Start, das könnte... Schlafkarte. Schlafkarte. Nein. Karotten. Giftpilz. So. Fähigkeiten. Oha, er hat so viel. Okay, das haben wir jetzt auch... Z-Kombos, das will ich mal sehen. Ob da jetzt was Neues dazu gekommen ist. Zaya-Jun-Angriff. Eine alte Tradition schickt dann den Gegner in die Luft und Sprinte dann auf ihn zu. Okay, Sprint-Explosion muss ich auch noch machen. Kombos und Kie-Explosion. Okay, geht klar. Ach du Scheiße, was bist du für ein Mordskerl hier. Ein Riesenschwein. Ey, man kann so ein Riesenteil nicht verfehlen. Das ist unmöglich. Zerstörungswelle. Du Scheiße, ich muss hier leveln. Ey, wann bist du tot? Übertrieben ist das jetzt. 4,20. Kar... Ah, also Karotte. Ich dachte Karotte, na Karotte jetzt. Ah, okay. Eine Truhe. Große Brunnen erlangt. Böser Anschlag. So. Ach, das Riesenschwein ist heftig. Böser Anschlag. Auf wen? Wie lange der überlebt hat. Okay, der ist zornig. Okay. Okay, Piccolo schläft. Okay, Piccolo schläft. Und der schläft jetzt auch. Halt die Fresse, Mann. Danke. Warte, wie war das? Böser Anschlag. Und kam er mir her. Okay, der ist tot. Böser Anschlag. Böser Anschlag. Böser Anschlag. Kombination. Ladung Sprint. Ich muss mal gleich wieder gucken, wie die andere Attacke ging. Z-Kombination Sprint-Kombos und Knie-Explosionen. Habe ich doch gemacht. Wieso ging das nicht? Ja, da geht's weiter. Aber ich will jetzt noch nicht dahin. Ich will eigentlich noch ein bisschen leveln, aber ich weiß nicht. Okay, ausgewichen. Gut. Tod. Ach komm. Jetzt gehen wir einfach mal da hin. Oh nein. So ein Grizzly. Oh nein. Stirb. Übertreib. Ja, der wirft jetzt mit Äpfeln oder was? Okay, der ist tot. Ey, hier kann man echt gut leveln. Ich guck mal. Überleg jetzt noch. Sorry. Was? Was? Fenix-Feder habe ich ja extra gekauft, deswegen. Leb wieder, du Schwachmart. Was? 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 Fenix-Feder. Du Hunt-Tier. Du Hunt-Tier. Scheiße. Ey, ich glaube, ich muss hier wirklich trainieren. So kann es nicht weiter gehen. So kann es nicht weiter gehen. Echt nicht. Okay, ich gehe jetzt ein bisschen trainieren und dann komme ich gleich wieder. Okay, ich habe ein bisschen trainiert. Ähm, nicht so viel. So, Koko ist ein Level ab. Und ich habe noch ein paar Sachen hier gemacht. Also, ich habe ein paar Phoenix-Feder gekauft. Ich habe hier Kombo ausprobiert. Sprint-Explosion habe ich jetzt gelernt, wie das geht. Welche gerne zeigen, aber momentan geht es nicht. Äh, Zerstörungswelle und Kamehameha. Piccolo kommt auch noch gleich auf sein Level 16. Das verdammte Schwein soll sterben. Ich glaube, nach dem Part mache ich noch ein Part und das ist der letzte Part für heute. Verfehlt, okay. Nein, Zerstörungswelle und Kamehameha. Ha. Komm, stirbst du jetzt? Dann ist das sehr gut. Gut so. So. Widerstand braucht er mehr. Ich glaube, das heißt Widerstand. TB-Kapseln, okay. Zerstörungswelle und Kamehameha. Die Monster sind so resistent hier. Ja, erhöhe dein Angriffskraft. Im nächsten Zug bist du sowieso tot. Okay. Hm. Zerstörungswelle und Kamehameha. Ich hasse diesen komischen Wichster, der macht zu viel Schaden. Kamehameha. Komm, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Okay, gut. Ich weiß noch, was ich jetzt höre. Äh, Fähigkeiten. Piccolo. Licht, äh, Lichtgranate. Jetzt hat er das auch. Gut. Hm, ja, okay. Ah. Okay, gut. Ich dachte schon, wie soll ich weiterkommen. Weil ich so in anderen Schätzen... Zu den anderen Schätzen komme ich jetzt momentan nicht. Weil ich noch nicht meinen Key auf so einen hohen Level habe. So. Technik. Achso, Technik. Hast du, da können wir 1500. Ach, das behalte ich noch. Erholungs... Achso. Jetzt weiß ich, was ich... Erholungsfrucht. Was ist das davon? Ähm, okay. Ich glaube, G heißt G... Ähm, G... Generation... Ähm, nein. Äh, nein. So. TP-Frucht braucht er eher. Kraftfrucht braucht auch er. Ja, die Endbohne benutze ich noch nicht. Da gibt's tausend Punkte. Lichtgranate würde ich mal sehen. Und kann mir mehr. Ach, da passt es auch noch ein bisschen länger... Ach, scheiße. Ich muss gleich einen Cut machen. Okay, jetzt nochmal angreifen. Jetzt mich verarschen, kleiner Spasti. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.